Das ist ja wunder, wunderschön. Eins, zwei und drei. Hui. Hui. Heidi! Heidi! Hm? Dete? Guten Tag, Hans. Hast du vielleicht ein kleines Mädchen gesehen? Dunkle Haare, ungefähr so groß. Schau mal, da drüben. Ich danke dir. Heidi! Tante Dete, du hattest recht. Hier ist es wunder, wunderschön. Heidi, wo hast du denn dein Tuch gelassen? Und wo sind deine Schuhe? Das liegt alles dort unten. Du ziehst deine Sachen irgendwo aus und vergisst sie dann auch noch? Ich bin einem Schmetterling hinterhergelaufen und auf einmal war mir so heiß. Und da hab ich... Ah. Na, kleine Ziege? Du bist ja ein schnuckeliges Ding. Mein Name ist Heidi. Heidi, wir haben keine Zeit, uns mit einer Ziege zu unterhalten. Geh und hol deine Sachen. Hör auf! Das kitzelt! Hopp! Hopp! Hohoho! Ho! Hör mal, Ziegenhirte. Willst du dir eine Kleinigkeit verdienen? Mhm. Gut, dann bring mir doch schnell Heidis Sachen zurück. Sie liegen dort neben dem großen Stein. Aber pass auf, dass du sie nicht schmutzig machst. Vielen Dank, junger Mann. Also, du bist ja noch viel schneller als der Wind. Hier, wie abgemacht. Sind das deine Ziegen? Gehören die etwa alle dir? Kann er nicht reden? Doch, bestimmt ist er nur ein bisschen menschenscheu. Komm jetzt, wir haben genug Zeit vertrödelt. Zieh deine Schuhe wieder an und zum allerletzten Mal bleib in meiner Nähe. Mhm.